Herzlich Willkommen meine Freunde zu einer Runde Flag Wars, ja ein neuen Spielmodi auf gommehd.net Und zwar geht es darum, wir haben hier so eine Art Bedwurst Map und hier spawnen Bronze, Gold und Eisen Die Dinger hier, die kann man auch upgraden, indem man rechtsklick macht und dann steht hier was man dafür benötigt In der Mitte spawnen dann hinterher die Flaggen, die man, wie man schon sehen kann, hier rechts im Scoreboard Ja, wie viele man braucht und so weiter und wann, spawnen in 31 Sekunden, das ist schon mal gut Ich muss eigentlich nur einen Weg machen und ich hoffe ich komme da noch pünktlich an, ich bin mir nicht 100% sicher Und wir haben das Kid Athlete, ich habe eine Runde schon aufgenommen und die ging eigentlich auch echt ganz gut Ja, die ging echt gut, locker flockig und so Oh, ich spawnte in 5 Sekunden, ok, ich spawnte hier Ach, da hinten, scheiße, da komme ich nicht so schnell dran Ah, ich habe keine Blöcke mehr, schade, 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 da komme ich auf jeden Fall jetzt nicht so schnell dran Mist, die Map ist auch ein bisschen blöd gebaut, finde ich Ja, viel zu viele Inseln So, holen wir uns wieder ein paar Blöcke Bisschen Rüstung Und, ja, ne, so, wie viele haben wir denn hier, dann können wir den hier schon mal upgraden So, habe ich upgradet Team Rot hat die Flagge Also, wie gesagt, eine Runde habe ich schon gespielt Die habe ich auch aufgenommen Die werde ich aber hinterher einfach dran schneiden Weil die lief richtig gut Die lief wirklich gut So, ok, dann mache ich es Was bist du denn für einer, ey Lass das dran, bitte Lass das dran und wir bauen uns darüber, ok Ok, supi So, die haben jetzt, oh, spawnt wieder in 10 Sekunden Gibt sie hin? Ne Och Gott, das ist viel zu weit, ey Ach Mann, ey So, spawnt die hier Ja, spawnt hier, perfekt Oh Gott Oh Gott Muss schneller sein Wohin eigentlich? Ah, hier Hier, ja, ich, ich Ich habe es geschafft, nice Nicey, nicey Habe ich geschafft Und, ja, toll Was bringt es ein? Jetzt hier Spawn zu campen Ok, macht sie nicht, gut Weil in einer Runde hatte ich auch schon mal Dass ich gespawnt, trappt Worden bin Und die macht einfach weiter Was soll das bitte bringen? Was soll das bringen? Dumme Kuh, ey Jetzt mal ehrlich Das ist so lächerlich Ja, das ist doch richtig lächerlich, oder? Also, ich finde das hier schon asozial Vor allem, es scheint, sie kann hier eh nicht, äh, bauen Da, guck Sie, doch, doch, kann sie So, die habe ich gekillt Mein Gott, ey Was hat das ihr jetzt gebracht? Nichts Richtig Genau Gar nichts Mein Gott, ey So, was haben wir hier denn? Wir kaufen uns das hier mal Dann kaufen wir uns erstmal Rüstung Äh, das, ja, ne Was ich auch anziehen kann So Dann ein bisschen essen Und wer Die kommt schon wieder zu mir, oder? Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht Ich möchte es eigentlich auch gar nicht erfahren Aber Achso, sie holt sich da hinten die Ding Okay, Türkis hat Ach, ich habe keine Blöcke mitgenommen Egal Ich habe keine Blöcke mitgenommen So Soll sie es machen Soll sie es machen So Sie baut sich natürlich jetzt Da hin Ich versuche da ganz, ganz schnell hinzukommen So Tada Und ich sperre ihr Nichts ab So Und zwar So Perfekt So Hier ein bisschen runter machen Und ich hoffe, sie kommt hier nicht durch Also Nicht Nicht so leicht So Sie kommt wahrscheinlich von rechts Von hinten Kann man auch von hinten Da oben ist sie Da oben ist sie So Was macht sie? Da ist sie Okay So Ich kill dich jetzt So Dankeschön So 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 Ich müsste das eigentlich Wieder schaffen Das wäre nämlich Ach scheiße Mist Da hat ja jemand einen Bogen Schade 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 Das war es mit der Fahne Glaube ich Oder? Ja 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 die Respaunt Wieder Alles klar So ich muss jetzt aufpassen Dass die eine nicht wieder zu mir kommt Das war nicht so schön Deswegen kaufe ich mir mal schnell wieder ein Schwert Und hole das hier und Und hole das hier und Ja den Mach ich mal Ne? Achso die lag da sogar Achso das wusste ich nicht Ähm Was wollte ich holen? Was wollte ich holen? Achso Oh ja okay Da muss erst mal mehr Gold spawnen Sonst klappt das nicht So Essen Äh Was esse ich denn hier? So Perfekt Achso ich habe genug Essen eigentlich Schade So auf jeden Fall Mach ich jetzt mir hier so einen kleinen Weg hin So So Das müsste dann so schon mal besser gehen So Von hier natürlich auch Grün hat die Scheiße immer noch Kann man Grün endlich zu Hause ankommen? Oder muss ich jetzt zu ihm hingehen? Ne? So Grün Hallo Grün Und so Der ist runtergefallen So Hoppidopi Okay Der holt sich den nicht Ach scheiße ich habe es nicht aufgesammelt Oh Gott Der hat schon einen Bogen Mist 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 So Das Gute ist Dass sie jetzt einen Bogen hat Dann schmeiße ich jetzt ihren Bogen erstmal runter Ne? So Scheiße Scheiße Die hat es geschafft Die hat es geschafft Leider Schade 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 Boah ist ja doch eine spannende Runde hier Mein lieber Scholli Mein lieber Scholli Erstmal wieder hier alles normal kaufen So Bogen Bogen können wir uns glaube ich jetzt auch mal holen Ein Einen Mit Ach das kostet Eisen Mein Gott ey Mein Gott So Hier Bitteschön Äh Blöcke Wären auch ganz cool Mein Gott ey Ganz ehrlich ne? Was soll das? So 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 Ich guck dem mal eben zu Weil ich weiß ja noch nicht ganz was das hier bringen soll So So Mein Gott ey Ihr leben Typen Du 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 Okay Scheiße 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 So Runter mit dir Perfekt Meine Fahne schnell hoch Okay So Perfekt Ja Oh mein Gott Hahaha Das hat sie gut gemacht Das hat sie sehr sehr gut gemacht So Hat team orange wieder was super gemacht Und zwar ich Boah wäre das cool wenn ich jetzt gewinnen würde Oh mein Gott Ich hole mir mal eben hier das Gold Och ne Da ist der schon wieder Das Arschi hier So weg mit dir Dankeschön Ich kaufe mal eben neue Pfeile So Achso die kosten der Eisen Habe ich wieder vergessen Und ich möchte mir ein besseres Schwert holen So Schwert Das hier Dankeschön Und Die Rüstung Weg damit Und meine Hand ist wieder eingeschlafen Das ist wieder suboptimal hierfür Auf jeden Fall Mehr Blöcke Brauche ich auch noch So Jetzt mal eben meine Hand schütteln Ne Weil sonst Klappt das hier Och ne Ach da Da kommt der Schon wieder Und nervt mich So Wie kann ich das abbauen So Werkzeug Hier Circa 60 Stück Okay Ach warte Ich nehme die Ich nehme das hier So Und ich verbrenne jetzt die Scheiße da erstmal Wo ist denn dieses Ding Ist hier Ja hier ist es Okay So Tschüss So Dann wollen wir mal gucken Ist Türkis noch da Ja Türkis ist noch da Ach die ist da hinten Achso Türkis hat die jetzt Interessant Oh scheiße Scheiße Nice Nicey dicey Oh scheiße Ah Nein Nein Ich bin runtergefallen Scheiße Oh mein Gott Ist das spannend hier Scheiße Ich bin runtergefallen So Tschüss mit dir Du komischer Sprengmeister Äh Ach toll Der hat mein Gold geklaut Der Arsch So Das nehmen wir Nehmen wir wieder Bisschen Rüstung mit Also der Typ Neben mir ne Der nervt mich ja mal Mega So Der nervt mich einfach So Was willst du jetzt machen Hä Du Arschloch Okay Mann Aber wieso nervt er mich denn nur Das sind keine anderen Leute Mein Gott So Dann das Team Rot gewinnt Gleich Okay Ja wenn ein Typ nur auf mich geht Kann ich dafür auch nichts Ne Mein Gott Wollte schon sagen Kommt er da schon wieder Rastet sich ja aber gleich aus Mann 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 Ich will jetzt mal aufpassen Oder willst du einen Button Lol Okay Äh was los Ach Team Rot hat gewonnen Okay GG Ähm ich hänge hier die Andere Runde noch Dran Die war richtig gut Vor allem für mich Hahaha Und ja Äh ich versuche Also ich versuche Alle Kids hier durchzumachen Aber ich hab bis jetzt nur vier Stücke freigeschaltet Weil die echt teuer sind Die Kids Ne Und ich hab jetzt nur noch 41.000 Coins Das hat mich ein bisschen arm gemacht Naja Leute Wir sehen uns dann demnächst wieder Bis dann Euer Kamito Haut rein Und ciao